So, ihr könnt die Lok auch aufnehmen. Wenn ihr ein wenig dran möchtet, wer es seht? Erstmal schmecken die Lok. Hier oben sind sie befassen. Weil es gibt so viele Flubs, dann ist sie ganz klein. So, wenn sie so viele Flubs aufnehmen, Das ist aber schon ein Atmosphäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017